Hallo und herzlich willkommen zurück zu TTT mit folgenden Leuten. Mr. Coke Gamer. Miau. Und Nana. Wuff. Cyberbot. Guten Tag. Flori. Wuff. Wanwar. Mäh. Diese Schafe. Panda. Hallo. Und Reaper. Ach scheiße, what the fuck? Wir begrüßen dich herzlich zu Trouble im Streichelzoo. Ja, heute ist es wie jetzt geht's los. Oh, Alter. Heute ist es wie jetzt. Weißt du? Wie viele Traitor haben wir eigentlich? Reaper, Reaper. Heute ist einer wieder dieser Tage, ne? Ich glaube zwei. Dieser Tag. Was ist jetzt passiert? Ich habe ein anderes Tee. Wie kommst du da rauf? Keine Ahnung, weil Reaper irgendwie so ein bisschen tot klingt. Ich war es nicht. Nein, 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 nein. Vielleicht war er ja auch Reaper Tee und wollte Nana töten und Nana hat sich gewehrt. Toll, man, man, weißt ja, es ist Navo endlich mal Tete und ihr gebt Tee. Müsst ihr gleich wieder oben bringen. Was ist denn das Tee? Wer ist denn Tee? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin Tee. Ah, das bringt mir nix. Ich bin Tee. Ich bin Tee. Nein, 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 nein. Ach ne, Nana war Tee, ne? Heute. Wann war? Okay. Äh, what the fuck? Sag mir nicht das Tee. Oben ist der Coke. Ich bin Proven. Alles klar. 025 ist das mehr oder weniger als vorher? Ich hab immer weniger. Weniger. Damit wir zwei nur noch haben bei acht. Florio, du bist aber sehr schön im Traitor Shop da. Nein. Ich war direkt hinter dir und du guckst dich nicht mal um. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüssle. Wer lebt eigentlich noch? Keine Ahnung. Achso, hä, das ist ja Nana. Wer lebt noch? Ja, ich, hallo! Hä? Du bist frei zum Abschuss. Bin ich gar nicht. Ich treffe aber nicht. Oh Gott. Ich hab auch Florio, ist es sowieso. Warum? Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Jetzt im Ernst. Du bist aber ein... Du warst im Traitor Shop. Nein. Ich wollte gucken, ob da jemand aus der Tür rauskommt. Oh nein, da standst du direkt vor dem Wasserfall und warst im Traitor Shop. Ich stand nicht vor... Ich hab nicht mal den Wasserfall nicht mal angeguckt. Ich stand vor dem Traitor Shop. Wann war es tot? Also seid ihr es beide. Wirklich? Jetzt hör mir doch mal zu. Oh Gott. Oh Gott. Das ist natürlich mal einträgliches Hinterstübchen, ne? Der ist ja wirklich ein Trinklis hinter dem Stübchen, ne? Juhu! Oh Gott! Ja, also ne Zensierung, ne? Wie im Pornofilm quasi. Ja ja! Einfach ein bisschen drüber rumschmieren, ne? Ja ja ja! Genau! Oh wo bin ich denn gespawnd? Ich bin auch im Darm! Wirklich? So ne Zensierung, wie im Pornofilm quasi. Wenn du auf dem Dach bist, auf dem Dach, da gibt es einen Aufzug. Ja, Alter, natürlich kann man einfach ins Wasser springen, da will auch nichts passieren. Ja, aber du musst warten, bis er komplett oben ist, dann steckst du auf der Oberseite vom Aufzug fest. Ja, das weiß nämlich Koch schon, das war der Riebe ja schon mal. Ach ja, Flori, da fänden wir gerade was noch ein wegen gestern Abend. Nein! Hey, ey, wenn du mich jetzt abschießt, ey. Baba, ja, was? Wenn du mich jetzt abschießt, na? Jetzt geht es mal richtig zur Sache. Ich werde dich wärmer, aber so spreche ich dir, wenn du mich abschießt. Hallo, Cyberbot. Was, wer macht gerade eine zweite Begrüßung? Hallo, Nana. War meine Begrüßung etwa nicht schön genug? Okay, erst mal nicht. Ich dachte, ich bin gerade gestorben, so. Lass mich durch, ich bin runtergekommen. Alter, ich habe erst mal hier riesen Schaden gekriegt wegen einem Leck. Tu mir nicht weh. Bin auf Halt in meinem Leben. Sorry, ich wollte gerade in den Kick geben. Mariel, aus der Klinik, haben wir nie. Das war sowieso schon knapp genug. Ich mache ein Cycling. Banzha, ich begrüße Sie. Geil, und in dem Moment klingelt jetzt gerade neben mir. Oh ja, wir hören. Wer ist hier ins Wasser gesprungen? Der Messer, doch. Bist du tot, Narven? Au! Nana? Ich habe ihn erschossen. Und jemand schießt die ganze Zeit auf mich. Ich mache doch gar nichts. Wenn du confirmst, dann bringe ich dir was. Wenn du Schaden hast. Na, wo? Au. Kannst, ah ne, brauchst du nicht callen. Ich weiß ja, wo das ist. Hast du Schaden? Also, Reaper ist auch auf dem Dach. Ich glaube, er ist snipert. Nana. Nana ist tot. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob er ein Deadman hat. Auf mich wird nicht geschnippert. Ich sniper gar nicht. So nicht, Nana. All. Im Ernst jetzt, Jungs? Könnt ihr nichts reißen hier? Ist ja schlimm. Okay, wann war's? Sehe ich dich nicht. Also, der Detective ist wohl auch tot. Au. Aua. Und ja, der Detective ist tot. Ja, und du hast, also Narva hat, okay. Ich habe Cyber umgebracht. Ja, das habe ich gesehen. Und Reaper hat einen Flopper, also, Vorsicht. Ja. Ich glaube, der will versuchen, hier irgendwie in so eine Reiche wieder zu kommen. Kli, Kli, Kli. Verdammt. Ja, wir können mal was reißen. Janie ist klar. Ich habe, wenn ich's nicht immer umgelegt. Nana ist schon wieder Traitor. Durch was denn Exhibit? Wom bin ich denn gestorben? Äh, durch meine Taube. Au. Ich habe die Reiche reingeschmissen. Reaper, Reaper, wir haben was gerissen. Wir wurden halt nur entlarvt, aber wir haben auch was gerissen. Und ich habe noch ein paar für Coke-Up-Game mit abgelaufen. Ja, ich wollte dir noch helfen, da unten, Cyber. Aber ich konnte nichts. Alter, weißt du was? Wenn du schon auf dem Dach oben stehst, dann nimm dir den Sniper mit. Man, war keine. Dann such dir eine, Mann. Ich konnte dich doch nicht alleine lassen, da unten. Ich muss dir denn noch helfen, irgendwie. Man, du könntest mir auch sagen, ey, da kommt Narva. Äh, äh, ganz scheiße. Ja, nee, ist klar. Oder keiner schreiben. Funktioniert auch gut, wenn man rumsteht, übrigens. Ich stand ja nicht rum, ich habe geschossen. Ja, Mann. Geht's dir? Nee, darum bin ich tot, ne? Darum war ich ja tot, weil du geschossen hast. Nee, ist klar. Ja, ich konnte sie halt nicht treffen. Wollen wir zu mir weg? So. Oh, na, Nadine. Ja. Geil, hier liegt keiner. Cyber, komm mal hierher. Ich will eine Shotgun. Oder eine Nesten oder was ähnliches. Gut, äh, Panda. Ja. Das hört sich irgendwie an. Also, da habe ich eine Shotgun. Geil. Was ist denn jetzt passiert? Gold ausgezackt. Und wer ist, äh, wer ist confirmed? Ich. Oh, Cyber, oder? Beziehungsweise, Cyber und ich. Was ist denn jetzt passiert? Golddiegel. Ach so, Goldendiegel. Ja, ha, 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 ha. Das ist sehr fies irgendwie. Quatsch, eigentlich war das ja DM, wenn der Goldseil einfach so. Nee, Goldendiegel ist ja nicht. Na, Goldendiegel. Na, Goldendiegel. Der hat gesagt Panda und ich habe mir vor Panda geschossen. Oh, loll. Das ist Goldendiegel. Das ist Goldendiegel. Äh, es fehlt, fehlt ja noch einer, ne? Du hast ja noch einen Schuss drinne. Ja, aber Cyber ist ja jetzt confirmed. Ich würde lieber einen anderen nehmen. Gut, her damit. Ja, du schuld. Soll ich nehmen? Oder nicht? Der nächste ist... Äh, ich glaube, wann... Hey! Ich würde sagen, Reaper. Gieß auf Reaper, würde ich sagen. Ja, aber doch nicht der Deter. Wann war, das darfst du übernehmen. Ja, meine ich ja wohl. Okay. Tschüss, Wamba. Da ist doch. Okay, Reaper ist confirmed. Okay. Alles klar. Ja, wirklich schön. Yo, ein Geburnt, ein Toten. Fand ich grad cool. So, einen nur weniger. So, ich mach mal mal auf die Suche nach Munition. Na, na? Ja? Hast du eigentlich einen Koi, äh, einen Credit für Nighthawks und ganze Typen am Faschen? Für den Nighthawks? Oder? Oder für den Defi, äh, für den Defi, weil dann kannst du ja Wanderer wiederbegeben. Sommer, habt ihr... Achtung, Friendship! Ja, das war's dann mit dem Deter. Ja, das war's definitiv. Das war's dann definitiv mit dem Deter? Coke! Okay, ich mach dann, wenn der Friendship weg ist. Also Coke ist der, äh, Tee? Ja, würde ich sagen. Okay. Und Johnny ist nicht da und wir haben eine Friendship-Beam, also... Ah, ich will da nicht durchlaufen. Ja, Florin, Florin. Okay. Okay, pass auf, dass du nicht stirbst. Okay. Ja, hab ich nicht vor. Eier, confirm. So, wer ist noch alles drin? Boah, Mann, Spiel bin mir nicht cool. Spiel macht dich wieder Coat. Also Coke, äh, tipps mal. Wobei... Ja, ich würde sagen, Coke. Einfach auf Coke schießen. Äh... Na, wird ja... Ich glaube, ich... In Abo einfach so tut, als wäre nichts hier passiert. Was soll ich denn dazu sagen? Hey, ich bin's nicht! Achtung, Nabu! Oh, ja. Oh, Alter! Endlich funktioniert mal was! Komm, Nabu! Nein! Möchte ich nicht! Ich hab ne Überraschung für dich! Echt? Ja! Fuck! Das hört sich aber süß an. Ups. Turtle-Angriff. Ah, sie hat nen Dead Ringer! Ah! Was auch immer ich hier die ganze Zeit... Das ist übrigens nicht die Farmers. Nur zur Info. Wo ist sie? Was? Oh Gott! Verdammt! Verdammt! Joi! Aber ich dachte, Coke, warum hast du... Warum hast du dir nicht den Melon-Launcher genommen? Der war doch mehr. Melon-Launcher? Der hat drei Schüsse. Was? Oder? Okay. Nein, einen! Eine wie neuner. Wenn der drei hat, dann... Aber Nana hat das schnellst. ...unserer Index-Liste. Die Index-Liste. Da steht, da steht einfach so, da steht einfach so, da steht einfach so, bei Nana denkt sich nix böse. Ich komm zum Friendship. Dann! Ja! Ja, auf Friendship, ein FPS. Ich war runter auf 15. Ja, ich hatte 30, aber ich hab halt gemerkt, ah ja, das ist dezent am laggen. Ich wollte ja gerade zu dir hingehen, Nana. Nein, ich wollte ja gerade hingehen zu dir, ne? Das war doch das Blöde an der ganzen Sache. Von daher, ich weiß auch nicht, ob meine Aussage Coke, ob die noch im legitimen Bereich war oder nicht. Kein Plan, das war bei mir voll Standbilder. Ich glaube, dass was ich gesehen habe, war okay. Gut. Ich weiß nicht, wie es nach meinen Bildern war, vorher. Er piepst. What the fuck? Oh, nee. Piep. Da oben ist glaube ich alle gestoppt. Das hat mich fast erwischt. Das hat mich fast erwischt. Geil. Aber irgendjemand ist doch, glaube ich, perfekt. Ganz knapp daneben an dem Trader, der das ausgelöst hat. Ganz knapp daneben. Ich glaube, aber einen hat es gerissen. Guck gerade auf, hier jemand liegt. Guck mal hier zwischen. Ich guck mal hier zwischen. Da ist doch gerade noch einer gestorben. Hier ist gerade noch einer gestorben, ja. Ja, äh. Wann war keinem gerade so aus dem Wasserfall raus? Ja, ja. Da liegen sie gleich. Coke ist gestorben. Okay. Ja, der war ja schon angeschlagen, ne? Ja, der war schon. Der war schon noch nie. 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 Der war schon, alter Gaule. Ja, ja. Lass mich doch mal durch hier, alle. Also er hat echt einen Detep-Pass heute. Ich habe die hier rausgeholt. Die liegt am Fenster. Wo? Da war eine Taube. Irgendwie hat es einen Trait erwischt. Wer ist denn jetzt? Wer macht was? Nein, da war es. Nein, da war es. Ich habe ihn gekillt. Ich habe eine Bananenbombe. 20. Warte, dann ist es Flory. Oder ist Navo proven? Ja. Dann ist es Flory. Okay. Ich hatte die Banane im Anschlag. Achso. Das ist eine Fade-Runde. Bananen. Bananen. Wer hat das denn eigentlich jetzt? Flory, Flory, da sind die Runde gerade echt peck wegen dem Detail. Da muss ich erst am sagen. Da muss ich mir jetzt einen Nighthawk kaufen. Ich dachte mir, nee, nee. Das wäre so ein Fade-Runde. Ja, vor allem nur, dass sich meine Traitor-Kollegen gegenseitig umgebracht hat. Das wäre so die Fade-Runde, dachte ich mir jetzt. Ach nee, ich gehe zurück, weil ich nicht auf meine scheiß Pub-Action kam. Und man war mit zum Herzenkopf, weil mir die Taube hat geflogen, als ich endlich geschafft habe. Oh Mann, ey. So ein Mega-Fail. Bestes T-Duo überhaupt. Das ist ein T-Team ever. Bestes T-Team ever. Ich glaube, mir kommt da gerade so eine schöne Idee für ein T-Shirt. Oh Gott. Inwiefern? Ja, so bester T-Ever. Ja, es ist doch schon Cyber-Bot. T mit Doppel-E. Hallo, Wanda. Ist das nicht schon Cyber-Bot, der beste T-Ever? Warum bin ich die beste T-Ever? Man, liegen hier oben keine Plötchen, beschissen in Waffen rum an dem Scheiß-Failer. Mit Flori, warum willst du mich hier mit so einer Scheiße? Der Pfeiler. Hey! Hallo, der Pfeiler. Na, na, wollte ich auch eine Plasma auf mich schmeißen. Na, wollte Flori gerade mit einer Plasma legen. Taube! Die war gut. Wann war es ist? Wann war frei zum Abschluss? Was für eine Kack-Waffe. Wo ist denn der Reaper? Oben. Ich bin hinter dir, Mann. Ich bin auch oben. Nicht mich erschießen. Ich such auch mit. Hey! Da ist ein Toter, ich seh zwei Tote und hier unten ist ein Cranker. Was denn oben für euch? Ich hab überhaupt nicht... Cyber, Cyber ist es, glaube ich. Nee, was? Ja, Cyber-Bot hat einen Melon-Lounger. Cyber-Bot hat einen Melon-Lounger. Dann hab ich das denn oben gehoben. Zwei nicht konfirmt und da ist Navo. Da ist oben, ja. Navo, konfirm nicht mal bitte. Ich hab gerade Wanwa gekillt. Ich hab ihn sogar gekillt, glaube ich. Ja, ich hab ihn sogar gekillt. Ich hab überhaupt nicht mitbekommen, was hier... Wannwa hat Flori sowie Nana getötet. Mit einer Taube. Dahinten ist voll viel Blut. Das ist was von Wanwa. Das ist Wanwa, das ist unwichtig. Okay, das ist gut. Wo ist denn der Deter? Da ist der Deter. Also das ist so ein bisschen... Äh, kauf! Also Wanwa liegt da hinten. Ja, da hinten liegt Wanwa. Den Rocket Launcher und den TF2 Rocket Launcher hab ich. Ja, weil ich dir gegeben hab. Weil ich mich ja fast abgeniedelt hätte, weil ich ihn in der Hand hab. So. Oh, okay. Oh, diegel. Ey, Alter! Alter, was ballerst du? Was schiefst du? Wer zur Hölle? Äh, Deter, hast du irgendwie Probleme oder... Was ballert der Deter? Äh, warte, blieb mir, bist du nicht... Ball da drin, Alter! Wall da! Ähm... Ja! Ups! Das ist ja das Spiel abgelaufen. Ablisten jetzt. Wir sind bei 20 Minuten, wir können jetzt auch theoretisch ein Ende reinhauen. Ja, haut ein Ende rein. Okay! Ja, Leute, dann mit diesem wunderschönen... Stadtbild! Stadtbild, genau. Blut an der Wand, sehr schön. Ja, bis zum nächsten Mal wieder. Ja, bis zum nächsten Mal wieder. Ja, genau. Tschüss! 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 Ernsthaft, in der ersten Aufnahme-Runde.